Energiewende und Klimaschutz brauchen Diskurs, gerade in Zeiten wie diesen. Deswegen machen wir den Energiewende-Kongress, nicht wie letztes Jahr mit 1300 Menschen vor Ort, sondern digital, aber so interaktiv, wie es irgendwie geht. Denn mit digitalen Events kennen wir uns in diesem Jahr nun aus. Wir haben Ministerinnen und Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, Experten, Startups, Innovationen, alles dabei. 150 Speaker in knapp 30 Themenfeldern. Seien Sie mit dabei, lassen Sie uns nicht hängen und lassen Sie Energiewende und Klimaschutz nicht hängen.